Die Leute in der Kleine sagen, das beste Food gibt es in den Stripclubs wie Magic City oder Blue Flame. Welches Girl er so am nicesten findet, you know. Und dann meinte er so, ja, diese eine hier mit der Brille so. Und dann haben wir der so gesagt, yo, unser Homie würde Laptance nehmen, wir payen dafür. Und dann geht man halt irgendwie in so einen Fahrstuhl und fährt halt irgendwie hoch, ne. So war das da. Und der komplette Stripclubs war leer, ne. Also da waren nur so zwei traurige Männer noch. Also die, Bruder, das waren richtig traurige Gestalten. Ah ja, und so ein Opa, der mich irgendwie auf dem Klo dann noch so dumm angelabert hat, ob ich irgendwie einen Taxifahrer brauche. I don't know. Ich glaube, der wollte mir irgendwie Kokain verticken oder so. Also, I don't know, ansonsten war es komplett leer da drin. Auf jeden Fall haben wir dann einem Homie von uns diesen Laptance bezahlt. Okay, und jetzt kam der Plottwist of the Century. Er wollte keinen Plottwist, äh, er wollte keinen Laptance. Er meinte so, yo, will ich nicht. Und dann stand diese Frau da und wurde halt bezahlt. Und die wollte jetzt halt den Laptance geben. Und alle waren so, hm, was geht jetzt? Digga, Nova ist dann einfach mit der gegangen. Und hat dann einfach kurz ne halbe Stunde mit der über ihr Leben geredet. Digga, Nova ist dann einfach hochgegangen mit der. Und hat dann einfach mit der so einfach gelabert. Und meinte so, ey, die ist übelst korrekt, man. Wir haben gerade ein bisschen gelabert. Ich weiß nicht, ob ihr, ob man das auch so mitbekommt, so online. Aber Nova ist insane, wenn es darum geht, mit fremden Girls zu connecten, bro. Es ist insane, wirklich. Also, no joke. So, ich weiß nicht, wie Nova das macht. Aber die sagt dann sowas wie, hey, dein Oberteil ist schön. Ey, du hast hübsche Brüste oder so. Boom, auf einmal beste Freundinnen. Bro, ich check's nicht, man. Ich check's nicht. Wie machen die das? Das macht überhaupt keinen Sinn, bro. Ich sag's euch, irgendwann wird der Tag kommen, da wird Nova alle unsere Freundinnen mobsen. Hundertprozentig. Wirklich. Irgendwann werde ich meine Freunde an Nova verlieren. Das wird passieren. Ich sag's euch so, wie es ist. Übrigens ist Nova nicht im Dschungel gestorben, habe ich mitbekommen. Boah, ich bin so gespannt, wie sie rasiert hat. Ich habe gar keine Info, ne? Boah, Imagine, sie ist irgendwie erster geworden. Alter, das wäre so krank.